Ich bin nicht so sicher, ob es sich hinkriegen, aber es ist schattig, da müssen wir jetzt durchwieden, pass auf. 1, 2, 3, 4! Wien, was ist los? Seid ihr überhaupt hier? 4, 3, 2, 1! Wien, habt ihr Bock auf einen Abzähl rein? Dann geht's! 1, 2, 3, 4! Es ist einfach, es ist eine klare Sache, wir zählen... 1, 2, 3, 2, 1! Jeder vierte Wiener wählte letzten Sonntag, hat sich trattet. Oh, ich wundere mich, ich wundere mich, ich wundere mich, ich wundere mich, oh, ich wundere mich, das ist Wien. Okay, 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 voll. Nochmal, pass auf, wie laut? Pass auf, nochmal. 1, 2, 3, 4! Wien, ich muss mich jetzt noch kurz konzentrieren. 4, 3, 2, 1! Die richtigen beiden, die fielen mir gerade nicht ein, aber... 1, 2, 3, 4! Nein, 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 das war ja. Pass auf, pass auf. Ah ja, pass auf. 1, 2, 3, 4! Wien, was ist los? Ich will eines wissen. Wer von euch hat... 4, 3, 2, 1! Null Bock auf die Freiheitlichen und auf alle Scheißfaschisten. 1, 2, 3, 4! Dann zeigen wir den Arschlöchern einfach mal die Arschlochkarte. 4, 3, 2, 1! Alle mal den Mittelfinger hoch für diesen Hartz-Sprache. Danke schön.